Digimon Tamers erscheint auf Blu-ray, der Start der kommenden Serie 60-Bit-Sensation ist bekannt und weitere Themen erwarten euch heute. Mein Name ist Stefan und das hier ist bekanntermaßen die Otaku-News. Los geht's! Anime Publishing gab vor kurzem im Rahmen der Animagic neue Details zu mehreren Disk-Lizenzen bekannt. So soll das zweite Volume der Edgy-Serie Wayne Mail in Gold und das zweite Volume der Fantasy-Serie My Easekai Live demzufolge voraussichtlich am 1. September erscheinen. Das dritte Volume der jeweiligen Disk-Veröffentlichung erscheint nach aktueller Planung zumindest am 6. Oktober und wird somit die Serie abschließen. Das zweite Volume von A Certain Magical Index verschiebt sich auf den 18. August. Das zweite Volume von A Certain Magical Index verschiebt sich allerdings auf den 18. August, während das vierte Volume für den 6. Oktober geplant ist. Die Edgy-Serie Mysterious Girlfriend X startet aufgrund von diversen Problemen bei der Genehmigung des ersten Volumes nach aktueller Planung erst im September. Die beiden weiteren Volumes erscheinen voraussichtlich im monatlichen Rhythmus. Ebenfalls ab September wird auch die Sequel-Serie Higurashi Sotsu in vier Volumes veröffentlicht, während das erste Disc-Volume von Golden Time für Oktober diesen Jahres geplant ist. Die drei weiteren Volumes der Romance-Serie sollen jeweils monatlich erscheinen. KSM-Anime gab kürzlich bekannt, dass man die Anime-Serie Digimon Tamers in HD auf Bluel veröffentlichen wird. Konkrete Informationen, wie etwa ein voraussichtlicher Release-Termin sowie Details zur Ausstattung der einzelnen Volumes, bleibt allerdings der hiesige Digimon-Publisher den Fans noch schuldig. Wir halten euch natürlich wie gewohnt darüber auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten zu berichten gibt. Also abonniert unseren Kanal jetzt, drückt die Glocke und stellt diese auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und somit auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Die 51 Episoden umfassende Anime-Serie Digimon Tamers entstand unter der Leitung von Regisseur Yukio Kaisawa im Studio Toei Animation und wurde zwischen April 2001 und März 2002 in Japan ausgestrahlt. KSM-Anime veröffentlichte diese bereits auf DVD. Ebenfalls soll Digimon Adventure Zero Two bald als HD-Fassung auf Bluel erscheinen. Somit erhalten hierzulande die beliebtesten Digimon-Titel einen HD-Release. Crunchyroll gab im Rahmen der Animagic bekannt, dass Dragon Ball Z bald auf Bluel erscheinen wird. Die Veröffentlichung soll hierbei voraussichtlich ab im Winter 2023-2024 in mehreren Volumes auf Bluel erscheinen. Konkrete Details wie etwa ein Termin für das erste Volume stehen allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Auch hier halten wir euch natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden. Auf dem Offizient-Widder-Account der Comedy-Serie 60-Bit Sensation Another Layer wurde verkündet, dass diese ab Oktober diesen Jahres im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. 60-Bit Sensation Another Layer entsteht unter der Regie von Takashi Sakuma, dem Assistenzregisseur von Sword Art Online Aliquization, im Studio Silver. Tatsuya Takahashi verfasst dabei das Drehbuch, während Masakazu Sasaki das Charakterdesign beisteuert. Im japanischen Sprecherkast sind unter anderem Aoi Koga bekannt als Kaguya in Kaguya Summer of the War als Konoha Aki Sato und Azushi Abe als Hokuta Mamori zu hören. Ayako Kawasumi, das war unter anderem die japanische Stimme von Saber in Fate's Day Night, übernimmt die Rolle von Kaori Shimoda. Der Mystery-Film The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, wird hierzunannte auf Blu-Air erscheinen. Dies wurde während der Animagic durch Kassem Anime bekannt gegeben. Wann die deutsche Veröffentlichung allerdings erfolgen wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Wir halten euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden. Also abonniert den Kanal, stellt die Glocke auf alle Benachrichtigungen, ihr kennt das ja. Der rund 82-minütige Anime-Film entstand unter der Leitung von Regisseur Tomohisa Takuchi im Studio Club und feierte seine Premiere am 9. September 2022 in den japanischen Kinos. Das war unsere Otaku-News-Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. War recht klein, aber ich hoffe dennoch, es waren interessante Themen. Wenn ja, gebt den ganzen Daumen nach oben, Kommentar in die Kommentare und ein Abo wäre ebenfalls cool. Drückt dabei, und das ist ganz, ganz wichtig, die Glocke und stellt diese auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne noch uns auf unserem Discord besuchen, uns per Paypal, Patron oder einer YouTube-Mitgliedschaft unterstützen, Link dazu in der Videobeschreibung oder ganz einfach das Video teilen und euren Freunden weiterempfehlen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao! Vielen Dank!